Hallo Leute, mit diesem Video will ich euch ein paar Ideen geben, wie ihr offline an Produkte kommen könnt. Und zwar hier seht ihr schon auf der Webseite Kodi und hier könnt ihr schon Produkte einfach offline gehen, sprich einfach bei denen im Supermarkt gehen und euch die Produkte anschauen und gleichzeitig einfach euer Handy rausnehmen. Und wie gesagt, das einfach bei Amazon tippen und gucken, für wie viel das Produkt halt bei Amazon verkauft wird. Und könnt ihr das dann auch beobachten in den nächsten Tagen und dann für euch entscheiden, okay, das Produkt hätte Potenzial oder auch nicht. Und später könnt ihr das Produkt, was ihr denkt, für euch, was sich am besten für Amazon FBA eignet, das rausnehmen und halt mit eurem Label, sprich FBA, ne, Private Label Seller, wo fehlt bei Amazon noch, dazu noch, auf Amazon halt verkaufen. Und dann ist es eure Marke und nicht irgendwie Geo-Arbeitrage, ne. Und das ist halt das Ziel, was ich jedem empfehle, also eine eigene Marke zu gründen. Und hier bei Kodi habe ich mich schon mal auch inspirieren lassen, habe ich auch schon mal ein Produkt gefunden, was sich auch sehr gut auf Amazon verkauft. Also hier ist es auf jeden Fall meine offline Top 1 Adresse, wenn ich mal nach Inspiration suche. Ansonsten KICK könnt ihr auch noch da euch inspirieren lassen. Wie gesagt, könnt ihr auch einfach mal dort, es gibt auch bei Amazon, soll ich mal ein Seller sein, oder könnt ihr auch mit der App einfach durch den Laden gehen und einfach mal scannen. Und somit könnt ihr einfach schauen, okay, hat das Produkt hier halt, gibt es hier einen Markt oder gibt es hier halt keinen Markt für dieses Produkt, ne. Also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Müsst du mal kurz gucken. Ich habe es lange nicht gemacht, also gibt es hier auch ein Fotostudio. Das ist es nicht. Ja, auf jeden Fall ist es hier drauf und damit kann man das Produkt auch scannen und dann gucken, okay, ist hier ein Markt oder ist es nicht ein Markt. Aber das sind auf jeden Fall offline, wo ihr einfach hergehen könnt und einfach in verschiedenen Kategorien Angebote, waschen, pflegen und so. Geht einfach bei denen in den Supermarkt rein, guckt euch einfach die Produkte ein, scannt mit dem Barcode und dann könnt ihr entscheiden, okay, das Produkt hat Potenzial oder halt nicht. Und wie gesagt, könnt ihr auch mit Jungle Scout etc. drüber laufen lassen. Und ein paar, also sieben Tage die Produkte halt beobachten und dann die Verkäufe halt sehen, okay, hochrechnen, wenn ihr über 300 Verkäufe pro Monat kommt und in der Nische, also die Nische auch sehr gesund ist. Sprich, wenn von 10 Leuten, sag ich mal, 5 oder 6 über 300 pro Monat verkaufen, dann kann man davon ausgehen, dass es halt eine gesunde Nische ist und dann eignet sich das auch schon sehr gut zum Einstieg. Also von daher, das sind ein paar andere Inspirationen, wo ihr euch auf jeden Fall nochmal hier schlau machen könnt, beziehungsweise ispringen lassen könnt. Das war's, falls ihr mal den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ansonsten mit dem Kurs bin ich soweit auch fertig. Hier ist es und ja, wie gesagt, wie ich schon im letzten Video gesagt hatte, Modul 1 bis 5 und auch Bonus und Unterlagen ist schon alles dabei und momentan ist es einfach nur, ich hab's schon fertig konvertiert. Die PDF-Datei sind jetzt auch soweit fertig, gucke einfach nochmal drüber und es sollte jetzt kommende Woche fertig sein. Also spätestens Freitag müsste das auf jeden Fall online gehen und vielleicht sogar noch vorher. und ja, ich werde das auf jeden Fall noch ein Video dazu machen und ja, morgen kommt eigentlich schon noch ein Video und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann.